Ja, guten Morgen nochmal von mir hier an alle. Schön euch zu sehen. Wir sind im Buch der Sprüche und ja, ich irgendwie in der Vorbereitung war ich irgendwie durcheinander, weil wir letztes Mal ja auch woanders Gottesdienst gemacht haben. Davor hat die Woche Peter gepredigt. Irgendwie dachte ich, wir hätten Sprüche 16 schon fertig und habe mich auf Sprüche 17 in den Anfang vorbereitet. Ja, aber bei den Sprüchen ist es ja nicht so schlimm, da können wir auch noch mal was nachholen. Insofern machen wir jetzt heute die ersten vier Verse von Sprüche 17. Lesen die zusammen, denken darüber nach. Kleiner Hinweis noch für die Veranstaltung jetzt in der Woche am Mittwoch bei dem Treffen. Meldet euch bitte an. Wir haben das extra auch mit in die, ja auf diese Anmelde-Website draufgepackt. Also wenn ihr Mittwoch kommen wollt, meldet euch bitte an. Sonst müsst ihr euch mittwochs abends nicht anmelden. Da kann man einfach so kommen, weil es nicht so viele sind, die kommen. Insofern seid ihr herzlich eingeladen mittwochs zu kommen. Und ja, am Donnerstag könnt ihr aber gerne einfach so kommen, die jungen Männer. Da gibt es auch keine Anmeldung für. Okay. Ja, wir lesen Sprüche 17, Vers 1 bis 4. Besser ein trockener Bissen und Ruhe dabei, als ein Haus voller Festspeisen, aber Streit dabei. Ein verständiger Knecht wird Herr über einen schandbaren Sohn und mitten unter den Brüdern wird er die Erbschaft teilen. Der Schmelztiegel für das Silber und der Ofen für das Gold, aber ein Prüfer der Herzen ist der Herr. Ein Übeltäter hört auf die Lippe des Unheils, ein Lügner schenkt Gehör der Zunge des Verderbens. Der erste Vers, besser ein trockener Bissen und Ruhe dabei, als ein Haus voller Festspeisen, aber Streit dabei. Ich musste irgendwie in der Vorbereitung denken, ja, Weihnachten ist ja nahe. Und wir sagen ja immer, Weihnachten das Fest der Liebe. Ich glaube, mit genauso viel Berechtigung könnten wir auch sagen, Weihnachten ein Fest des Streits, weil genau das oft passiert. Und hier sagt uns der Spruch, besser ein trockener Bissen und Ruhe dabei, als ein Haus voller Festspeisen, aber Streit dabei. Wisst ihr, Weihnachten das Fest der Liebe, das Fest des Friedens. Wir denken auch an die Verse, die zu Weihnachten immer gelesen werden, wo vom Frieden auf Erden die Rede ist. Ja, der Friede. Wenn der Friede da ist, sagt dieser Vers, dann macht es auch nichts, wenn du nur ein trockenes Brot hast. Wenn der Friede da ist, das ist die Hauptsache. Und wenn du ein dickes Festmahl hast, aber der Friede ist nicht da, dann ist dieses Festmahl auch nichts. Und ist es nicht oft so, in unseren deutschen Weihnachtshäusern, da wurde dick aufgetischt, da wurde intensiv vorbereitet, und da wurde viel Wert gelegt auf all diese Dinge, Kerzenschein und Kekse backen und Gänsebraten, ja, was auch immer. Bei dem einen ist es die Gans, bei dem anderen muss es die Pute sein und bei dem dritten sonst was. Aber über diese ganzen Vorbereitungen kommt Stress auf und das Wesentliche wird nicht getan. Wie wäre es denn, wenn wir dieses Jahr, und ich denke, dieses Jahr wird Weihnachten ja sowieso ein bisschen anders werden als sonst, Wie wäre es, wenn wir dieses Jahr unsere Vorbereitungen, ja, die Vorbereitungen fangen ja schon an, seit September ist die Weihnachtsschokolade, und das ist doch das, also ich, entschuldige bitte, ich springe irgendwie so innerlich, ich bringe hier keinen Satz zu Ende. Wir haben letztens irgendwie als Familie irgendwie so einen Kinderfilm geguckt, so einen Disney-Film, Tiere, Schildkröten irgendwie, irgendwie eine nette Story irgendwie, und diese kleine Schildkröte, die dann irgendwie bei irgendwie ein paar Menschen landet, da am Strand, die da irgendwie so Hippies, die da leben am Strand, und ja, wird da mit so ins Familienleben aufgenommen, und dann kommt Weihnachten, und die Leute feiern da Weihnachten, und diese Schildkröte, was ist Weihnachten? Ja, da gibt man sich gegenseitig Geschenke. Ich denke so, ist das alles, was wir im christlichen Abendland unseren Kindern vermitteln können, über Weihnachten? Ist das Geschenke weitergebend fest? Ja, das ist dann kompatibel für alle Religionen, wir wollen ja nicht anstößig sein, wollen ja alle integrieren, Weihnachten als das Geschenkefest. Aber warum diese Geschenke machen? Warum macht man sich denn gegenseitig Geschenke? Was soll denn das? Da wird in dem Film gar nicht nachgefragt. Also ich als neugierige kleine Schildkröte hätte gesagt, wieso, warum geben die sich denn Geschenke untereinander? Wurde aber leider nicht gefragt. Ja, und das ist es. Wisst ihr, unsere auf Konsum ausgerichtete Gesellschaft, die will ein Fest nur dazu haben, damit Geld verdient wird. Feste sind nur Konsumfeste. Richtig gute Feste, da wird konsumiert, da wird gegessen, da wird getrunken. Und zwar mehr als geht. Bei meinen Schwiegereltern heißt Heiligabend Fullbuchsabend. Voller Bauchabend. Wisst ihr, aber all das kann den Frieden nicht bringen. Unsere ganzen Anstrengungen, so viel wie möglich uns zu gönnen. All das bringt uns keinen Frieden. Und das zeigt sich in diesen furchtbaren Erscheinungen unserer Zeit, unserer Gesellschaft, die vielfältigen Süchte, in denen wir leben. Wir kriegen das Maßhalten nicht hin. Nein, wir hauen uns so viel rein, wie geht in allem. Und hinterher geht es uns schlecht. Und wir dachten oder wir denken, wir können mit all diesen schönen Dingen den Frieden finden, aber wir finden ihn nicht. Wie wäre es, wenn wir zu diesen Weihnachten unsere Vorbereitung auf etwas anderes konzentrieren. So wie Jesus in Matthäus 5, Vers 23 und 24 sagt. Jesus bezieht es dann natürlich auf den Tempelkult, den Jerusalemer Tempelkult und auf die Feste, die in Jerusalem gefeiert wurden. Und das war auch immer religiös. Früher gehört es dazu, dass man Weihnachten in die Kirche ging. Das wird sicherlich im Zuge der Corona-Krise auch aussetzen und man wird dadurch einen Grund finden, es auch in Zukunft dann auch nicht weiter zu handhaben. Der Kirchgang. Aber was sagt Jesus dazu in Matthäus 5? Wenn du nun deine Gabe darbringst zu dem Altar, wenn du deine frommen Lieder singst und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh vorher hin, versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und bring deine Gabe dar. Jesus sagt hier, die Gabe der Versöhnung des Friedens in deinem Haus, das ist für mich eine größere Gabe als ein schönes Lobpreislied, was du mir singst. Römer 12, Vers 18 sagt Paulus, wenn möglich so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Nicht nur mit den Netten, sondern auch mit dem Nachbarn, der dir ständig irgendwie Probleme bereitet. Wie wäre es, als Vorbereitung auf dieses Weihnachtsfest einen Schritt zu machen, auf den Nachbarn zu, nochmal einen Versuch zu wagen, das Böse mit dem Guten zu überwinden, ein Friedensangebot rauszuschicken. In welcher Form auch immer, lass dich vom Heiligen Geist inspirieren und leiten. Markus 11, Vers 25 sagt Jesus, wenn ihr steht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemand habt, damit auch euer Vater, der in den Himmeln ist, euch eure Übertretungen vergebe. Friede auf Erde kommt dadurch, dass wir vergeben, dass Versöhnung entsteht. Und Versöhnung geschieht nur da, wo wir den Stier bei den Hörnern packen, wo wir das Problem angehen, was den Unfrieden bringt. Der Unfriede ist durch unsere Sünder. Zuallererst Frieden mit Gott. Ohne Frieden mit Gott kannst du dich noch so viel mühen, Frieden zu schaffen untereinander. Das eigentliche Problem ist damit nicht gelöst. Frieden mit Gott. Und das kannst du haben, weil es einen Friedefürsten gibt, der sein Leben hingegeben hat, damit wir Frieden haben. Wisst ihr, Frieden kostet etwas. Das ist die, die Verheißung der Welt ist, wenn du ein schönes Fest vorbereitest, schön deine Wohnung dekorierst, Kerzen anmachst, ein tolles Festessen auftischst, dann hast du Frieden. Wisst ihr, und das ist furchtbar anstrengend, aber es ist bezahlbar. Was aber wirklich etwas kostet, ist echten Frieden zu suchen und zu finden. Und das kostet viel mehr, das kostet deinen Stolz. Du musst dich demütigen und deine Sünde bekennen. Du musst um Vergebung bitten. Du musst bereit sein, auf Rache zu verzichten und jemanden zu vergeben. Du musst jemandem in die Augen schauen, den du lange nicht mehr in die Augen geguckt hast, den du lange aus dem Weg gegangen bist. Das kostet was. Und es hat Jesus alles gekostet, das zu erwirken, diesen Frieden, die Vergebung unserer Sünden durch sein Blut. Es hat ihm alles gekostet. Und das umgehen wir gerne. Ja, dann nehmen wir auch alle möglichen anderen Stress auf uns, um es irgendwie uns schön zu machen und heile Welt zu spielen. Aber es ist keine heile Welt. Es ist kein Friede. Lass uns den echten Frieden suchen. Und den kannst du dann auch haben mit einem Bissen Brot. Dann hast du das schönste Weihnachtsfest, was es gibt. Ohne Kerzen, ohne Tannenbaum, ohne Festtagsschmaus. Das schönste Weihnachten. Kannst du dir das vorstellen? Lass uns das doch suchen in den kommenden Wochen. Lass uns darauf fokussieren. Und dann kannst du auch meinetwegen ein schönes Essen haben und auch Kerzen anzünden und was weiß ich. Das kannst du alles machen. Aber lass das Wichtigste das Wichtigste sein. Das sagt uns dieser Vers. Das Wichtigste ist der Frieden. Ist die Vergebung, ist die Versöhnung. Dass Gottes Liebe unter uns ist. Und dann ja, dann kannst du auch Geschenke machen. Geschenke können doch Ausdruck von Liebe sein. Ist doch was Wunderbares. Klar. Dann kannst du dir Mühe machen mit schöner Dekoration und einem tollen Essen und so weiter. Aber lass das Wichtigste das Wichtigste sein. Und suche den Frieden. Okay, Vers 2 Ein verständiger Knecht wird Herr über einen schandbaren Sohn und mitten unter den Brüdern wird er die Erbschaft teilen. Irgendwie klingt das wie so eine Kurzfassung von so einer Soap Opera finde ich irgendwie so. Das ist so diese reiche Milliardärsfamilie, der Firmenchef. Und er hat diesen furchtbaren Sohn, diesen Egomanen, der mit seinem Porsche immer vorfährt, immer irgendwie was weiß ich, mittags aufgestanden ist, dann vorfährt und dann in die Firma reinkommt, ins Büro und sein Vater macht ihn fertig, irgendwie, weil er so so ein liederliches Leben führt und er führt sich aber auf wie die Diva irgendwie und dann ist er dieser treue Verwalter, dieser, na, der Bürochef irgendwie, der immer zu Diensten ist und ihr kennt das Szenario, oder? Und es ist teilweise, ja, das sind Dinge, die im wirklichen Leben passieren, ne? Und dann steht hier sozusagen ein Spruch, ja, am Ende wird es dieser verständiger Knecht, er wird der Herr sein, nicht dieser schandbare Sohn. Der Vater wird sich entscheiden, nicht diesen selbstsüchtigen Egomanen das Erbe zu übergeben, sondern dem, der es, ja, der damit richtig umgehen wird, der verständlich ist, der weise ist und selbst wenn es der Knecht ist, wenn es der Diener ist. Lieber ihm das geben, weil er Weisheit hat, als dem, dem es eigentlich zusteht von Geburt her, weil er sich nicht als würdig erweist. Es geht also nicht nach Geburtsrecht, nach Herkunft und das ist etwas, was eine tiefere Weisheit hat. Das ist etwas, was bei Gott so ist. Im Alten Testament finden wir das öfter, diese Geschichten von denjenigen, die Gott erwählt. Welche hat er denn erwählt? Abraham, einen alten Mann und Sarah, eine alte Frau, die keine Kinder gebären konnte und, ja, er hat sie erwählt, dass sie die Vorfahren eines großen Volkes sein sollten, was, wo er sich offenbaren möchte, diesem Volk und wodurch er sich der ganzen Welt offenbaren will und dann die Nachkommen, es waren nicht die Erstgeborenen, die Gott erwählt hat, sondern der jüngere Sohn. Nicht Esau, sondern Jakob habe ich erwählt und dann auch später zum Beispiel Josef als fast jüngster Sohn ausgestoßen von seinen Brüdern, verkauft als Sklave, als Diener, als Knecht, hat er treu seinem Herrn Gott gedient, ist er Gott treu gewesen und Gott war mit ihm und hat es ihm gelingen lassen in all seinen Diensten. Gott liebt den treuen Knecht, der bereit ist in Hingabe und Treue zu dienen und er lässt es ihm gelingen. Das heißt aber nicht, dass er nicht Anfechtungen und Prüfungen und Versuchungen hat, nein, die sind da und er widersteht all den Prüfungen und Versuchungen und kriegt dennoch eins auf die Nuss. Das heißt aber nicht, dass Gott nicht weiter mit ihm ist und so ist er am Ende im Gefängnis, aber auch dort dient er und Gott ist mit ihm. Und was passiert? Am Ende erhöht ihn Gott als Herrn über ganz Ägypten. Als zweiten Mann hinter dem Pharao. Ein verständiger Knecht wird Herr. Warum wurde er erhöht? Der Pharao sagt, in keinem ist so viel Weisheit wie in dir. Der Geist Gottes ist in dir. Du musst das machen, Josef. Oder David. Ein Schafhirte. Ein Diener. Der Jüngste unter seinen Brüdern. Gott hat ihn erwählt und gesagt, du sollst mein König sein. so sollst der König über mein Volk sein. Und so hat Gottes auch in Jesus, mit Jesus getan. Wir lesen das im Philippabrief Kapitel 2. Da lesen wir, dass er der Knecht ist, der zum Herrn erhoben wird, zum Herrn gemacht wird. Philippa 2, Vers 7. Philippa 2, Vers 7. Da steht, Jesus Christus, der in Gestalt Gottes war, der Gott gleich war, er entäußerte sich und nahm Knechtsgestalt an. Indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Ja, hier ist der Sohn sogar von sich aus zum Knecht geworden. Jesus ist herabgekommen, hat Gestalt eines Menschen angenommen, aber noch mehr, er hat gedient, er sagt, ich bin nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und mein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Er war ein gehorsamer Knecht, wie es hier steht, Gott gehorsam, seinem Vater gehorsam, das ist das gewesen, er sagt, das ist meine Speise, das stärkt mich, wenn ich den Willen meines Vaters tue. Er ist der Knecht, der sich erniedrigt, Er ist dieser Knecht, der zum Herrn wird, ein verständiger Knecht wird Herr über einen schandbaren Sohn. Wer ist der schandbare Sohn? Adam, der eigentlich als Ebenbild Gottes geschaffen war und Herr sein sollte über alles. Aber Gott hat den Knecht erhöht über den schandbaren Sohn. Der schandbare Sohn hat den Tod in diese Welt gebracht. Sünde und Tod. Aber der Knecht hat das Leben gebracht. Und deswegen hat Gott ihn erhöht. Hier steht es. Er wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beugt, der himmlischen und irdischen und unterirdischen und jede Zunge bekennt, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Jesus ist der Knecht, der zum Herrn erhoben wurde, der die Erbschaft inne hat, inmitten seiner Brüder. Und jetzt lass uns mal noch einen anderen Gedanken hier verfolgen, Matthäus 15. Da wird uns auch etwas gesagt über die Kinder und die Knechte. Matthäus 15, Vers 21. Jesus ging aus dem Gebiet von Galiläa, aus Israel weg und zog sich in die Gegenden von Tyrus und Sidon zurück, wo nicht Juden hauptsächlich lebten. Menschen, die nicht dem Bund Abrahams angehörten. Menschen, die ihre eigenen Götter hatten, ihren eigenen Weg gegangen sind. Und siehe, eine kananäische Frau, die aus jenem Gebiet herkam, schrie und sprach Erbarme dich, mein Herr, erbarme dich, meine Herr, Sohn Davids, meine Tochter ist schlimm besessen. Er aber antwortete ihr nicht ein Wort. Und seine Jünger traten hinzu und baten ihn und sprachen, entlass sie, also das heißt, erfülle ihr doch ihre Bitte, damit sie endlich geht, denn sie schreit hinter uns her. Er aber antwortete und sprach, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Sie aber kam und warf sich vor ihm nieder und sprach, Herr, hilf mir. Er antwortete und sprach, es ist nicht schön, das Brot der Kinder zu nehmen und den Hunden hinzuwerfen. Sie aber sprach, ja, Herr, doch es essen ja auch die Hunde von den Krumen, die von dem Tisch ihrer Herren fallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr, Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter war geheilt von jener Stunde an. Was für eine krasse Geschichte. Hast du dir schon mal von Jesus sagen lassen, du Hund? Das ist unser lieber Jesus, der das zu uns sagt, denn wir sind ja auch solche Hunde. Wir sind keine Juden. Wir gehören nicht zum Volk Israel. Die allermeisten von uns nicht. Wir sind nur die Hunde. Und Jesus sagt, ich bin gesandt zu den Kindern. Ich bin der Vater für die Kinder. Aber am Ende der Geschichte erhebt Jesus diese Frau. Denn sie gibt ihm Recht. Sie sagt, ja Herr, du hast Recht. Ich bin nicht würdig. Ich bin nur ein Hund. aber ich glaube, ich vertraue deiner großen Güte und Barmherzigkeit. Ich vertraue, dass Gott barmherzig ist und gütig und gnädig, auch zu den Hunden. So wie der verlorene Sohn in der Schweinekuhle nachdenkt über seinen Vater zu Hause und sagt, ja mein Vater ist so gut zu den Tagelöhnern. Ich weiß, was ich mache, ich gehe nach Hause, ich bin ein schandbarer Sohn, aber ich weiß, ich kann keinen Sohn mehr zu sein zu Hause. Ich biete ihm einfach an, dass ich ein Knecht werde bei ihm. Dann wird es mir trotzdem gut gehen. Weil er ist so gut zu den Knechten, zu den Dienern, zu den einfachen Arbeitern. Und so ist auch diese Frau. Sie weiß, ich gehöre nicht dazu. Ich bin nicht eine der Gesegneten. Ich bin nur ein Hund. Aber ich glaube, ich vertraue dir, dass du mir dennoch helfen wirst, dass du mich dennoch retten wirst, beziehungsweise meine Tochter retten wirst. Und da sagt Jesus, da ist Jesus begeistert drüber. Vorher ist er so harsch, so hart, so verschlossen. Aber der Glaube schließt sein Herz auf. Das Vertrauen, das ist das, was Jesus sucht. Sagt, dein Glaube ist groß, dein Vertrauen ist groß, deswegen wird es geschehen, was du willst. Aber deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Vertraue ihm und er wird dich erhöhen. Wir haben noch eine schöne Geschichte, Matthäus 8, Vers 5, als Jesus nach Kapernaum hineinkam, trat ein Hauptmann zu ihm, der ihn bat und sprach, Herr, mein Diener liegt zu Hause gelähmt und wird schrecklich gequält. Das ist ein römischer Hauptmann und Jesus spricht zu ihm, ich will kommen und ihn heilen. Hier ist Jesus gar nicht so harsch, er ist so nett und freundlich und hilfsbereit und will gleich kommen. Guck mal, was der Hauptmann sagt. Der sagt nicht, ja klasse, ich habe es ja auch verdient. In der anderen Version, in Lukas wird uns gesagt, dass das Älteste des Dorfes von den Juden kam und zu Jesus gesagt hat, er ist würdig, dass du dich seiner annimmst, weil er so gut zu uns gewesen ist. Guck mal, was der Hauptmann hier selber sagt, er bildet sich nichts ein. Auf seine guten Taten. Er antwortete und sprach, Herr, ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach trittst. Er wusste, ich gehöre nicht zum Volk Israel, ich bin nicht einer der Kinder, ich bin ein Hund, ich bin ein Knecht. Mir gehört das Erbe nicht. Ich kann es nicht in Anspruch nehmen. Ich kann nur auf die große Gnade, Barmherzigkeit und Güte hoffen. Gottes in Jesus Christus. Herr, ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach trittst, aber sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund werden. Denn auch ich bin ein Mensch unter Befehlsgewalt und habe Soldaten unter mir und ich sage zu diesem geh hin und zu einem anderen komm und er kommt und zu meinem Knecht und er tut es. Als aber Jesus es hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die nachfolgten, wahrlich, ich sage euch, bei keinem in Israel habe ich so großen Glauben gefunden. Er nimmt diesen heidnischen Soldaten und sagt, guckt euch den Mann, der ist größer, der ist besser als alle aus dem Volk Israel. Dieser Hund, dieser Knecht, er ist mir lieber als alle schandbaren Söhne. Warum? Wodurch? Durch eine wahre Herzensdemut zu wissen, ich bin nicht, er nimmt sich nicht ein Recht heraus, sondern er demütigt sich vor Jesus, vor Gott, sagt, ich bin es nicht würdig. Wer bin denn ich? Was kann ich denn schon vorweisen? Aber das, was er hat, das setzt ein, sein Vertrauen, sein Glauben. Herr, ich glaube, dass du mächtig bist und Dinge tun kannst. Durch dein Wort, allein durch dein Wort. Und dann sagt er, so ein Glauben habe ich nicht in Israel gefunden. Und dann sagt Jesus weiter, ich sage euch aber, dass viele von Osten und Westen kommen und mit Abraham und Isaac und Jakob zu Tisch liegen werden in dem Reich der Himmel. Aber die Söhne des Reiches werden hinausgeworfen werden in die äußere Finsternis. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann, gehe hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und der Diener wurde gesund in jener Stunde. Jesus Jesus erhöht hier diejenigen diejenigen an ihn glauben, egal wo sie herkommen. Die Herkunft ist egal. Die Geburt, wo du geboren bist, aus welcher Familie du kommst, aus welchem Lebenshintergrund du kommst, egal. Wenn du ihm glaubst, wenn du ihm vertraust, diesem weisen Knecht, diesem verständigen Knecht, der sein Leben eingesetzt hat, für dich und für mich, für uns alle, damit wir Frieden haben, Frieden mit Gott, Frieden miteinander. Wenn du dein Vertrauen auf ihn setzt, dann bist du auch ein verständiger Knecht. Und du wirst erhöht werden, du wirst als Erbe mit eingesetzt, du bist in Christus bist du auch Miterbe der Herrlichkeit Gottes. Vers 3 Der Schmelztiegel für das Silber und der Ofen für das Gold, aber ein Prüfer der Herzen ist der Herr. Es geht hier um das Prüfen von Metallen und dieses Prüfen bedeutet einerseits das 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 herausgefunden werden soll wie rein dieses Gold oder dieses Silber ist. Die Reinheit soll festgestellt werden, aber in diesem Prüfungsprozess wird auch gereinigt. Die Schlacken werden ausgebrannt, sie kommen nach oben, werden abgeschöpft. und hier sagt uns Salomo auch unsere Herzen müssen geprüft werden. Unsere Herzen sollen gereinigt werden und dazu ist es erstmal wichtig, dass erkannt wird, was ist da eigentlich noch für Dreck drin und dafür muss Feuer gemacht werden, dafür muss es heiß gemacht werden und so prüft der Herr unsere Herzen ist eine Realität die stattfindet, Prüfungen in den Übersetzungen wird häufig auch das Wort Versuchung genannt aber lass uns das mal sehen, was das heißt, Prüfungen 1. Petrus 1 Vers 3 Petrus spricht davon in seinem Brief und bei ihm geht es hauptsächlich um Verfolgung wenn du an Jesus glaubst und Probleme kriegst mit Menschen mit der Regierung oder mit deinen Nachbarn oder mit deiner Familie wenn sie dich ausgrenzen wenn sie dich beleidigen wenn sie dir Gewalt antun wenn du ins Gefängnis geworfen wirst aufgrund deines Glaubens weil du dich zu Jesus bekennst weil du an Jesus glaubst weil du ihm nachfolgst weil du von ihm redest weil du anderen Menschen das Evangelium nahe bringst wir erleben das ja kaum in Deutschland wir haben so viel Freiheit uns geht es so gut als Christen und uns geht es zu gut wir sind oft viel weniger aktiv darin unseren Glauben zu bekennen und das Evangelium weiterzugeben als Menschen die viel größere Probleme haben damit und Petrus sagt in seinem Brief in Kapitel 1 Vers 3 gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwäglichen Erbteil das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch die in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet zur Rettung die bereitsteht in der letzten Zeit offenbar zu werden was sagt Petrus hier Lob und Dank sei Gott dass er uns neu geboren hat dass wir neue Menschen sind durch den Glauben haben wir den Geist Gottes empfangen und sind jetzt Kinder Gottes wir sind von Knechten von Hunden sind wir zu Kindern gemacht worden wir sind jetzt Kinder des lebendigen Gottes das hat er getan durch die Hoffnung die lebendige Hoffnung durch durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten Jesus hat den Tod für uns überwunden und er hat sein Leben für uns gegeben und ist auferstanden und hat uns zu sich gezogen dass wir jetzt seine Kinder sind und wir haben dieses Erbteil was aufbewahrt wird in den Himmel für uns und durch den Glauben werden wir bewahrt zu der endgültigen Rettung die kommen wird und dann steht Vers 6 darin jubelt ihr die ihr jetzt eine kleine Zeit wenn es denn nötig ist in mancherlei Versuchungen betrübt worden seid und statt Versuchungen lasst uns doch Hoffnung auf das ewige Leben haben dass wir so reich beschenkt sind das ist unser Jubel aber er sagt ihr jubelt darin obwohl ihr jetzt gerade eine Zeit betrübt seid denn ihr geht durch eine Zeit der Prüfungen es ist nicht so einfach im Leben hier so schon nicht aber dann kommen noch diese besonderen Prüfungen in unser Leben hinein und gerade geht es wieder los die zweite Welle kommt wir freuen uns alle hurra die zweite Welle kommt wir jubeln nicht über die Prüfung über die Beschwernisse über die Traurigkeiten über die Betrügnisse sie sind da sagt Petrus aber ihr könnt jubeln weil ihr so gesegnet seid durch das Heil und die Rettung die ihr schon erfahren habt und die noch kommen wird und es ist eine kleine Zeit ja und wenn es nötig ist ja und es ist nötig dass wir geprüft werden hier steht in Vers 7 warum damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird als die des vergänglichen Goldes das durch Feuer erprobt wird zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi also was soll geschehen in dieser Prüfungszeit euer Glaube soll sich bewähren bewahrheiten kann man vielleicht auch sagen ihr sollt merken was der Glaube ausrichtet in eurem Leben Geschwister und wenn wir keine Probleme haben dann müssen wir auch keinen Glauben zeigen wenn der Diener des Hauptmanns gesund und munter ist und stark ist dann braucht er nicht für ihn zu glauben dass Jesus ihn heilt wenn wir nicht in Nöte hineinkommen in Schwierigkeiten und Probleme dann sag nicht ja ich habe so ein festes Vertrauen in den Herrn das weißt du gar nicht du weißt es erst wenn du in die Not kommst wenn du in die Herausforder kommst wenn du in die Schwierigkeiten kommst dann zeigt sich ob du zu den Toiletten Papier Käufern gehörst oder zu denen die dem Herrn vertrauen es ist Wahnsinn ich habe gestern ich habe echt gedacht das kann nicht wahr sein es kann nicht wahr sein unsere unsere Kanzlerin spricht Worte der Besorgnis sagt wir müssen aufpassen und der ein oder andere Politiker lässt anklicken ja vielleicht müssen wir sonst einen Lockdown machen wenn wir jetzt nicht aufpassen und die Leute rennen los und kaufen Klopapier ich dachte das hätten wir hinter uns ich dachte die haben sich alle schon für 20 Jahre eingedeckt haben sie alle schon wieder verbraucht wenn man sich in die Hose macht dann muss man natürlich Klopapier haben nein Geschister ich will es nicht zu sehr ich will es nicht übertreiben als ich das gestern gehört habe ich wirklich mit den Kopf geschüttelt aber es macht nur das offenbar was in uns ist oder und in mir ist es ja auch ich mache mir auch Sorgen ich mache mir ja auch so meine Gedanken und wir müssen als Älteste entscheiden wie sollen wir jetzt weitermachen wie wird es weiter laufen können wir das so praktizieren wie wir das hier praktizieren ist das so richtig sollten wir nicht doch vorsichtiger sein und ja diese Fragen die muss man bewegen aber was wir nicht machen sollen und was wir nicht machen dürfen ist dass wir von Sorgen getrieben werden von Ängsten bestimmt werden Gott will in dieser Prüfungszeit sehen und er weiß es ja aber er will dass es sichtbar wird was der Glaube für eine Kraft in uns ist was unsere wahre Hoffnung ist und wisst ihr das ist das wunderbare dass Gott das gebraucht um das hervor zu bringen in uns wisst ihr du kriegst raus was in einer in 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 einer Tube ist wenn du drauf drückst du machst den Deckel auf was ist in dieser Tube drin du hast keine Ahnung drück aber drauf dann kommt das drauf raus was da drin ist so und wenn du gedrückt wirst wenn du zusammengequetscht wirst was kommt da raus kommt da Bitterkeit raus kommt da eklige ekliger selbstsüchtiger Schleim raus kommt da Angst und Sorge um sich selbst raus oder kommt Gottvertrauen raus kommt Hoffnung raus wenn du zusammengedrückt wirst und das ist das was Gott macht er prüft uns er drückt uns zusammen er quetscht uns der Herr prüft unsere Herzen er lässt diese Dinge zu weil er weiß was in uns ist er hat es ja hineingelegt sein Geist in uns Christus in euch die Hoffnung der Herrlichkeit das ist in euch drin also quetsch ich doch mal damit es mal raus kommt ihr seid ja sonst so zurückhaltend ihr Deutschen im Bekennen dann quetsche ich euch mal ein bisschen und dann kommt es raus das Licht dann leuchtet es durch die zerbrochenen Gefäße und dann wird das Licht endlich mal sichtbar und die Menschen um uns herum sagen wieso kaufst du kein Klopapier es ist zugespitzt aber warum warum bist du so ruhig Jesus warum bist du so ruhig im Sturm und schläfst warum bist du so ruhig warum hast du Frieden warum hast du keine Angst warum machst du dir keine Sorgen doch ich mache mir auch manchmal Sorgen aber ich werfe meine Sorgen auf Gott der größer ist der stärker ist wisst ihr und das wenn wir das lesen dann können wir lasst uns noch mal ein paar Verse dazu lesen hier in 1. Petrus 4 Vers 12 sagt Petrus uns Geliebte lasst euch das Feuer unter euch das euch zur Prüfung geschieht nicht befremden als begegne euch etwas Fremdes sondern freut euch hurra die zweite Welle kommt unser Glaube kann sich bewähren Christus wir können Jesus noch mal ganz neu erleben wir können ihm noch mehr näher kommen hier steht insoweit ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid also ihr dürft durch diese Nöte durch diese Bedrängnisse durch die Prüfung die ihr geht dürft ihr teilhaben an dem was Christus auch erlebt hat und durchlebt und durchlitten hat ihr geht mit ihm zusammen denselben Weg wenn euch immer alles gut geht und ihr entspannt und locker auf eurem Sofa sitzt dann erlebt ihr nicht die Leiden Christi und wenn ihr nicht die Leiden Christi miterlebt dann werdet ihr auch nicht die Herrlichkeit schmecken ihr seid der Leiden des Christus teilhaftig damit ihr euch auch in der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freut das zweite Mal dass er auf die Zukunft verweist Jesus kommt wieder und wenn er wiederkommt und dein Glaube sich bewährt hat dann wirst du jubeln Jakobus sagt das auch hier ein Brief weiter vor paar Seiten davor Jakobus 1 Vers 2 sagt er haltet es für lauter Freude meine Geschwister wenn ihr in mancherlei Versuchungen oder Prüfungen geratet Prüfungen können ja sehr unterschiedlich sein indem ihr erkennt dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt aha es wächst auch etwas Geduld die Frucht des Geistes Geduld wächst ihr werdet Jesus ähnlicher durch diese Prüfungen durch die ihr hindurch geht die Frucht der Geduld wächst wie wird man geduldig dadurch dass man in Situationen kommt wo man warten muss ausharren muss so läuft es wir können es nicht ändern und wenn du ernsthaft irgendwann mal gebetet hast Herr mach mich dir ähnlicher dann erhört Gott gerade mit der zweiten Welle dein Gebet und dann kannst du dich freuen weil Gott was Gutes macht er bewegt etwas in deinem Leben er arbeitet an dir er formt dich in sein Ebenbild und du wirst schöner herrlicher du wirst sein Kind und wirst dadurch zum Segen für diese ganze Welt für die Menschen um dich herum die im Dunkeln sind die im Finstern sind dein Glaube bewährt sich wisst ihr und das brauchen wir doch so sehr manchmal denke ich so oh man wir sind so warum sollten die Menschen denn Christen werden wollen wenn die Christen genauso sind wie die anderen auch wenn die nichts haben was irgendwie anziehend ist wenn aber unser Glaube sich bewährt in Nöten in schwierigen Zeiten in Problemen dann werden die Leute kommen und sagen hey was habt ihr was wir nicht haben das ist das Licht was dann leuchtet aus uns heraus deswegen sagt Jakobus haltet es für Freude aus eurem Fleisch heraus findet ihr das nicht eine Freude das ist klar keiner freut sich darüber ich freue mich auch nicht aber betrachtet es doch aus dem Geist Gottes betrachtet es doch objektiv von oben herab und seht am Ende wird da was Gutes raus deswegen freut euch jetzt Gott macht es das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt und dann sagt er in Vers 12 glückselig der Mann der die Versuchung erduldet denn nachdem er bewährt ist wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen den der Herr denen verheißen hat die ihn lieben es geht um die Liebe zu Jesus wenn du Jesus liebst dann wirst du in dieser Zeit der Versuchung ausharren aushalten in dieser Prüfungszeit und du wirst dich bewähren der Glaube den Gott in dich hineingepflanzt hat wird sich bewähren und dann wird Jesus kommen und was bekommst du einen Siegeskranz hey du hast den guten Kampf des Glaubens gekämpft und du hast überwunden hier dein Siegeskranz und was wirst du tun was werde ich tun wir werden es machen wie die 24 Ältesten Herr ich bin nicht würdig du allein bist würdig du hast es getan es war dein Werk in mir ich hab es nicht getan du hast es getan und eine gute Botschaft noch für alle die zweifeln wenn sie das Wort Prüfung und Versuchung hören und dann in Angst und Schrecken geraten 2. Petrus 2 Vers 9 lass dich vom Widersacher nicht strecken widersteh dem Teufel und er wird vor dir fliehen in Jesu Namen durch den Glauben widerstehst du 2. Petrus 2 Vers 9 Der Herr weiß die Gottesfürchtigen aus der Versuchung zu retten Der Herr weiß die Gottesfürchtigen aus der Prüfung zu retten Wie auch Paulus sagt Wir werden nicht über unsere Kraft versucht sondern Gott schafft mit der Prüfung auch den Ausgang Sei nicht entmutigt wenn Prüfungen kommen Gott hat eine Lösung Gott wird dich rausretten Du widerstehst im Glauben im Vertrauen darauf dass Gott es macht nicht dass du es schaffst sondern dass er es schafft mit dir dass er es schafft mit uns Wir gehen durch die Prüfung und Gott will herausholen unseren persönlichen Glauben wenn wir wieder zurück müssen in unsere Häuser und uns verschließen müssen zurückziehen müssen wenige Kontakte pflegen dann pflege den Kontakt mit deinem Vater im Himmel geh in dein stilles Kämmerlein und such ihn geh beten nimm dir Zeit mit deiner Familie zusammen zu Hause Gott zu suchen und mach es wie die Israeliten nimm dir vielleicht noch einen Nachbar dazu wenn du das Passalam isst der persönliche Glaube das will Gott herausholen aus uns das soll wachsen unsere persönliche Beziehung zu Jesus zu Hause als Einzelne und auch als Familien diese Glaube und diese Hoffnung auf die Zukunft die wir haben unser Vertrauen in Jesus das soll herauskommen das genährt wird durch die gute Nachricht Geduld soll wachsen und Liebe zu Gott und unseren Mitmenschen Geschwister die Liebe die bereit ist auch Lasten auf sich zu nehmen die bereit ist zu dienen die bereit ist auch auf eigene Dinge zu verzichten und dann wächst auch die Frucht der Enthaltsamkeit oder der Selbstbeherrschung in Unterordnung und Gehorsam gegenüber der Regierung alles schwierige Themen oder aber Gott wirkt das in uns durch diese Zeit das ist diese Prüfungszeit ich will schließen mit dem letzten Vers ein Übeltäter hört auf die Lippe des Unheils ein Lügner schenkt Gehör der Zunge des Verderbens die Lippe des Unheils die Zunge des Verderbens man kann auch übersetzen mit die Unheils stiftende Lippe die verderben bringende Zunge wir haben es mit vielen Nachrichten zu tun ihr kriegt viele Nachrichten ihr guckt die ganze Zeit ich auch wir gucken die ganze Zeit Nachrichten wir gucken die ganze Zeit werden wir bombardiert mit den Neuinfektionszahlen und so weiter dann kriegst du von dem noch ein Video zugeschickt und von dem noch ein Video zugeschickt was bewirken alle diese Nachrichten was bewirken sie Sorgen Angst Unsicherheit Unfrieden Zorn Wut Ärger bis hin zu Hass und Gewalt das Fleisch hört sich gerne diese Nachrichten an und ich werde selbst zu jemanden der Unrecht tut der Unheilstiftend ist und Verderben bringt dadurch dass ich dann diese Nachrichten überall weiter poste ich werde zum Nachrichten Überbringer von Verderben bringenden Nachrichten und wisst ihr am Ende werde ich zum Lügner denn diese ganzen Nachrichten sind nicht die ganze Wahrheit es fehlt nämlich eine entscheidende Sache dass es einen Gott gibt der über dem ganzen steht der einen wunderbaren Plan mit uns hat der uns liebt der uns in diesen ganzen Nöten beisteht der ein gutes Ziel für unser Leben hat das hörst du nirgendwo das hörst du nicht in der Tagesschau das hörst du auch nicht auf den alternativen News die dir zugespielt werden nirgendwo hörst du das hörst du aber im Wort Gottes und deswegen ist es so wichtig dass wir uns mit den richtigen Dingen füttern unsere Seele mit den richtigen Nachrichten hören auf Gottes gute Nachricht auf Gottes Wort was bewirkt das Hoffnung Glaube und Liebe was wir jetzt im Moment so dringend brauchen damit wir Gott verherrlichen damit wir Gott treu bleiben und diese Prüfung dient dazu Gott will dass wir ihm treu sind Gottes Ziel mit uns ist nicht unbedingt dass wir alle gesund bleiben das ist nicht unbedingt Gottes Ziel Gottes Ziel mit uns ist dass wir treu bleiben Gottes Ziel mit uns ist dass er durch unser Leben verherrlicht wird und das kann sein durch Gesundheit das kann auch sein durch Krankheit das kann sein durch Leben oder durch Tod aber nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen Jesus wir danken dir dafür für dieses wunderbare Geschenk der Hoffnung die über all das hinaus geht was Menschen sich in dieser Welt so erhoffen danke dass wir ein Ziel haben das viel höher ist danke dass wir von Hunden zu Kindern des lebendigen Gottes gemacht wurden durch deinen Geist danke dass du uns diese lebendige Hoffnung gegeben hast und hilf du dass wir in dieser Prüfungszeit treu bleiben das wir das lernen die lektionen lernen die wir lernen sollen dass wir uns nicht von diesem Unmut erfüllen lassen von Sorgen von Aufbegehren sondern dass wir uns von Glaube Liebe Hoffnung erfüllen lassen von deinem Geist und uns leiten lassen in unserem Leben in unserem Umgang mit unseren Mitmenschen hilft dass wir diese Hoffnung auch ausstrahlen und dass die Menschen anfangen zu fragen warum bist du so ruhig warum bist du so gelassen warum bist du so zufrieden warum strahlst du so viel Liebe aus Herr hilft dass wir solche Menschen sind die diese Fragen provozieren Amen